so die getränke habe ich auch eingeräumt ich kann meinen laden eröffnen nein nein kann ich nicht ich habe ja noch gar keine kasse ohne eine kasse geht gar nichts ich muss mir was einfallen lassen nico hallo großer bär was gibt's denn nicole wie du weißt mache ich einen laden auf aber ich habe festgestellt dass ich gar keine kasse habe kannst du mir bitte helfen ja stimmt davon habe ich gehört du hast glück ich habe hier genau was du brauchst das ist eine play do registrierkasse interessant kannst du mir mal zeigen wie die funktioniert aber klar doch wir packen sie schnell aus hier sehen wir die produkte und die preise dafür das ist der einkaufskorb das die einkaufstasche und hier haben wir einen scanner und hier bär haben wir eine schablone damit können wir münzen geldscheine und auch eine kreditkarte machen mit den ausstechern und der knete kannst du auch dinge herstellen die du verkaufen kannst das ist eine flasche mal sehen wie viel dieses getränk kostet dieses getränk kostet zwei moneten das kommt in die einkaufstasche und dinge die ich nicht einscannen kann zum beispiel obst und gemüse du hast recht und fleischprodukte und fisch haben auch keinen barcode ich zeig dir wie das geht hier hier haben wir keinen fisch hier auch nicht hier haben wir ein den machen wir auch aus knete so jetzt legen wir den fisch auf die waage der fisch kostet fünf moneten das macht dann zusammen sieben ich habe schon geld gemacht das sind fünf moneten sechs moneten und sieben prima das kommt jetzt in die kasse hier einzukaufen hat spaß gemacht dankeschön hey bär du bist doch wegen der kasse gekommen oh ich dummerchen stimmt ja dankeschön